Moin Leute und willkommen zurück! Es geht weiter wie ihr sehen könnt. Komm hier! Mega nice. Über mir ist einer scheinbar. Ich weiß nicht, ich glaube für die habe ich zu wenig Munition. Die Skorpion ist doch ganz cool. Aber ich werde dir... Komm beschwer dich mal nicht. Stell dich mal nicht so an. 7. Hm. So. Money, money, money. Ok. Die ganze Schabot! Tut nicht weh! Nur ein leichtes Stechen! Ja! Verfluchte Fallidioten! Verfluchte Fallidioten. Geht's hin? Ah, hier geht's nach oben. Aus dem Nichts! Ich hab ihn entdeckt! Zurück! Er hat noch einen von uns gekillt! Ja. Sowas passiert. Oder wie man so schön sagt. Diese Jungs waren Luschen! Probier's mal mit mir, Großer! Großer? Hast du den Verstand verloren? Komm! Kein Fluchtweg! Stecke fest! Oh mein Freund! Hm... Greco ist am Ende. Stehst du zu ihm oder zu mir? Scheiß drauf! Okay! Ich bin auf eurer Seite! Es wird Vito freuen, das zu hören! Thank you! Ist er umgenockt! Nice! Das ist safe! Ähm, Vito zu weisen. Die Dock-Arbeiter-Gewerkschaft ist am Start! Lass deine Jungs das handeln! Du hast diese Scheiße erledigt, hä? Gut so, Kumpel! Ich schicke ein paar Jungs die Wache halten! Schnapp dir das Lagerhaus und wir haben Greco! Ist ein Kinderspiel! Easy peasy! Das machen wir doch glatt! Ich wollte eigentlich noch looten gehen, da lag noch so viel Zeug rum! Lass mich looten! Lass mich looten! 2, 4, 6, 8, 10, 12 Leute! Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Huwe hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl sechs Jahre in Haft war. Es wird, ähm, allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war. Obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Selma Karno, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Ach, ich muss noch kurz meinen Pulli ausziehen. Mir ist so warm, obwohl es, wie spät ist es jetzt, noch nicht mal sechs Uhr morgens. Aber trotzdem. Du hast dein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet, nimm dir das andere vor, um den Lieutenant hervorzulocken und den Bezirk zu übernehmen. Erobere, äh, eroberte und zugewiesene Bezirke schalten, lohnende Gefallen und dienste deiner Unterbosse frei. Jetzt ziehe ich mir ein Pulli aus und will ihn auf die Couch schmeißen, was ist er fällt runter? Leu. So, ähm, hier gab es noch irgendwo Zeug. Also hier gibt es noch überall Zeug, so wie es aussieht. Und zwar geht es noch mal weiter nach oben. Ah. Ah. Du kannst das Überfall kommen als Verschreckung. Achso, ich bin jetzt unten. Na okay, dann ist es natürlich klar, dass ich den Stuff nicht finde. Weil der liegt unten. So, und zwar zum einen lag hier noch Geld. Da lag auch noch jede Menge Geld. Da ist nichts. Boah, Alter, erschreck mich nicht so. Steht ja hier einfach mal so rum. Ähm. Hallo? Hallo? Ja, auf die Pfeifen, Alter, ist ja echt schlimm. Sie sind ja grausam. So, da haben wir noch Kohle. Und hier haben wir noch Esshilfe Gäste. So, dann gehen wir auf die anderen Seite runter. Ich will jetzt nicht runterspringen, weil sonst bin ich gleich wieder verletzt. Da habe ich keinen Bock drauf. Äh? Ach, hier. Wie ist das Geld? Ich komme hier raus. Ich muss hier hinten noch einen Drucker sehen. Als ob die hier das einfach so auf dem Boden liegen haben. Äh. Ich hätte doch hier unten reinkommen können. Krass, was das für Möglichkeiten alles gibt. Das denkt man gar nicht. Krass, was steht. Schluss sichere Wisse. Nehmen wir mit. Oder? Nehmen wir mit. Zack. Zack. Zack, was steht hier. Das Recht, dich ins Knie zu ficken. Als Gewerkschaftsmögliche hast du folgende Rechte. Das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz. Das Recht auf Bezahlung für Überstunden. Interessenvertretung durch die Gewerkschaft. Alters, Rente und andere Vorteile. Okay. Alles klar. Ja. Das haben wir und das haben wir. Ja Leute, es sind knapp 1000 Dollar mehr, die ich jetzt habe. Mal eben so durchs Einsammeln. Aber hier drin ist noch irgendwo ein Playboy Heftchen. Vielleicht hier im Lager ist das nicht. Vielleicht hier irgendwo. Nee. Auch nicht. Vielleicht doch oben noch. Oh ja, hier oben. Irgendwo. Hier. Hä? alles klar alles klar wo muss ich jetzt hin verteilerkasten abhörzonen ein aus ach ok ich verstehe welche taste war denn das? vor allem stand da irgendwas ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mal gucken ob jemand guckt hopp das ist mein auto ich glaube mit dem bin ich sogar tatsächlich hergefahren ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht ich weiß es nicht ja wie gesagt ich hatte ja in den letzten beiden folgen immer gesagt gehabt ihr sollt mir bescheid sagen ob ich jetzt muten soll oder nicht das ding ist ich bin gerade in einer aufnahmesession das kennt ihr bestimmt von anderen let's plays und youtuber und so ich kann nicht so direkt darauf reagieren weil ich halt mitten in einer aufnahmesession bin in dem moment wo ich es natürlich lese in den kommentaren werde ich natürlich darauf eingehen und werde das auch dann so machen wie ihr das gerne möchtet weil ich mache das let's play ja für euch also ich meine spielen kann ich das spiel auch für mich dafür muss ich es nicht aufnehmen also das let's play ist ja rein für euch dass ihr spaß daran habt und euch das angucken könnt es gibt ja genug leute die sich das spiel nicht holen wollen weil es ihnen zu teuer ist oder weil sie es selber nicht spielen wollen so geht es mir ja auch mit vielen spielen zum beispiel overwatch habe ich ein paar videos geguckt aber ich habe es selber nicht gespielt und auch andere spiele wie zum beispiel jetzt fifa 17 die journey also die single player noch so gesehen gucke ich mir an aber spielen selber tue ich es nicht oder dead by daylight ich schaue es mir gerne an bei gronk und so aber selber spielen tue ich es eigentlich gar nicht oder kaum komm direkt auf mich zu ja komm stelle ich mir nichts an ich will hier noch was einsammeln ok sieben dinge habe ich jetzt schon wieder das ist schon mal nice da können wir glaube ich zwei sicherungskästen machen ich hätte gerne in welchem jahr sind wir eigentlich weißt du es eigentlich vielleicht kommt ja irgendwie eine cutscene und dann werde ich schon wissen das würde mich mal echt interessieren in welchem jahr wir uns gerade befinden aber ich hätte gerne ein 67er chevy impola zur helle wir gehen mal hier rein gucken mal ob jemand zu hause ist also die hütten sind ja jetzt nicht gerade safe sag ich mal die sind auch irgendwie nur ein lager so klopapier und matratzen ach hier nebenan ist es wir müssen hier rein ähm hier ist irgendwas passiert warum liegt hier ein regal was ist hier passiert ja komm ich gehe ja schon wieder ich will nur mal gucken so dann kann ich hier rein ins tixi klo nein kann ich nicht alles klar ups ups und ups Conny DeMarco Vito schickt mich du bist Conny ja yep Conny DeMarco hat für Vito ein Auge auf den Schmuggel Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße warum hat Greco ihn nicht fallen lassen wenn es nach ihm ginge würde er Roy hoch gehen lassen was Greco hat Roy nicht ausgesucht was ihn zur Zielscheibe macht trotzdem Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen Zigarren und Rum Scheiße man sagt die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner Greco hat also Stress Greco dachte wohl sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen jetzt macht er allen Druck auch Roy wenn das Geschäft noch schlechter läuft muss Roy selbst kommen und sich kümmern aber Roy hat ein paar Leute hier und da mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus und eine von Reus Jungs geschnappt die reden bestimmt wenn man richtig fragt keine Sorge ich frag richtig Messer an der Kehle und an der Schick so ich werde mal hier hin fahren da hin werde den ausschalten und werde gleichzeitig mit der den Sicherungskasten wenn ich wollen die quietschenden Reifen nerven muss ich wirklich sagen also die nerven nicht tierisch also ich finde das zu extrem mit dem die quietschen es ist möglicherweise realistisch das kann ich nicht beurteilen da ich nämlich selber gar kein Führerschein und kein Auto habe aber ich weiß nicht ob das so realistisch ist wenn ich jetzt nicht nur ein bisschen Bremse quietsches oder ja das geht ja eigentlich nicht da war gerade hier hinten ist so ein Ding oh da ja so geht es auch okay ich hätte ja eigentlich gern mehr Waffenslots könnte ich Nachschub bekommen in River Row komme schon nur ein Augenblick ich würde gerne mehr Waffenslots haben um ähm um noch eine dritte Waffe dabei zu haben eigentlich eine Sniper zum Beispiel ja geil der Penner muss besoffen sein ja irgendwas dabei was du brauchen kannst okay ich zeig was du auf Lager hast ähm so ein okay hier kann ich nichts holen schade eigentlich Fahrzeugverwässer hm ich weiß nicht dass das das ist scheiße Hartmann Meriwether 30 Kapazität M40 A3 ne M04 A3 ja ja ach sieh mal einer an erhöht erhöht die Treffergenauigkeit aller Gewehre okay das wusste ich nicht gibt es hier auch sowas die habe ich aktuell macht weniger Schaden mehr Präzision mehr Feuerrater mehr Kapazität nehmen wir doch wieder die äh er liegen 9 Millimeter okay groß ist aber nicht sogar bei den Pistolen okay cool ich glaube dann holen wir die hier wir haben es ja dann will ich mal gucken ach hier ach cool so okay damit haben wir jetzt erstmal eine Menge Co ausgegeben ja ja mach mal ist das eine echte knacken ja möchtest du sie bei die Hand nehmen okay das kann ich aber noch falsch verstehen hm scheiße was war das ich weiß nicht was war es denn was zum ja das Leben ist so kostbar verdammter Säure durchflächert das Arschloch äh irgendwelche letzten Korte nein äh anzünden und werfen Junge jetzt breit es richtig ich ich brauche hier deine Hilfe Nestor Pellegrini okay ähm ich geh erstmal da rein die Pistole ist geil die gefährt mir bleib hinter mir ich hab ihn oh da sind noch Leute da sind noch Dudes wo ist der Mistklarz hinter dir ich kann uns nicht alle töten hm ich würd mal sagen doch oder was haltet ihr davon ich kann alle töten ich will erstmal mich um den Typen kümmern oder wo ist der keine Ahnung ist mir egal äh achso ich kann hier einfach sprengen ja nice ja nice das ist echt cool mit dieser Verbesserung für Pistolen und dann auch noch die gute Pistole also das ist schon nice auf jeden Fall zeig dich wie ein zwei Schüsse und die sind down richtig nice das gefällt mir das gefällt mir richtig gut von Munition sammle ich auf ganz normal 9mm so dann wollen wir jetzt hier mal den Abhörapparat den Apparat installieren da ist er ja hallo Apparat mach mal so klein wie möglich ach scheiße egal ist trotzdem easy wie viel wie viel brauche ich jetzt 9 habe ich 6 was ist das was ist das was ist das ach das ist eine Kneipe ich verstehe ach hier ist noch ein Playbar Magazin ah man kann wenn man ranzoomt sieht man mehr irgendwie logisch ja freischauen ach ne das ist unser Dude wir kaufen noch ein Weiß ja ja krass ok ähm da ist noch irgendwas blaues ah hier ist das Playbar Magazin so nice dann hole ich mir das äh müsste hier drin sein wenn mich nicht alles täuscht ich finds krass wie leicht man überall einbrechen kann und niemand hält einen auf niemand also das ist echt Hardcore dass es niemand zu interessieren scheint hier ist noch so ein Ding nice pass auf wo du hingehst so geht hier an mir so da ist schon ne kleine Festung so ne doch nicht äh ähm ich lauf da jetzt hin oder ich weiß nicht soweit ist es nicht ich mach das mal offscreen ich lauf da einfach hin bis gleich Leute haut rein beziehungsweise bis morgen bei einer neuen Folge schaulere